Hallo meine Lieben, heute gibt es ein neues Video von mir und zwar mit einem DM-Haul. Nicht lange schnacken, Sachen ausbacken. Zweimal blau-schwarz von Brilliance, das liebe ich. Ich kette mir aber immer nur die Ansätze, den Rest nicht. Aber ich habe sowieso sehr schwarze Haare, also richtig tiefschwarze Haare. Aber damit die nochmal so einen schönen Glanz bekommen, verpasse ich meinen Harrys gerne ein bisschen blau-schwarz. So und jetzt geht's los. Frechen Freundin. Ich bin ja nicht so ein Freund eigentlich von so Quetschis, aber diese sind hier aus dem natürlichen Zucker der Früchte. Also das natürliche Fruchtzucker und kein industrielles Fruchtzucker und deswegen sind die für mich okay. Und die habe ich dieses Mal gekauft. Die habe ich nämlich schon lange schon mal gekauft, weil wir fahren am Wochenende nach Holland. Wenn der Kleine irgendwas hat, dann gibt es auch nochmal einen Quetschi. Damit kann ich sehr gut leben. Und weil wir alt und verbixt sind, habe ich mir gedacht, nehme ich nochmal so eine kleine Packung mit zum Duschen für den kleinen Mann. Wegen der Haare, das soll ja auch nicht in die Tränen. Damit fahre ich sehr gut, die finde ich sehr schön, riecht auch sehr toll. Und damit habe ich etwas Spezielles vor. Das soll jetzt nicht nur der Reise dienen oder sowas. Was heißt Reise, das ist ein kurzer Wochenendtrip. Von uns ist das auch nicht so weit nach Holland. Also wir fahren da so zwei Stunden, zweieinhalb hin. Nämlich, der Noah erzählt manchmal was über Monster und dann ist er unruhig im Bett und dann sagt der Mama Monster, Monster oder Gespenst. Also habe ich mir überlegt und das werde ich euch jetzt mal zeigen. Hier ist nämlich so eine kleine Pumpflasche drin. Da werde ich einfach nur Wasser mit ein bisschen Zitronensaft reinteufeln, ein Monsteraufkleber draufkleben und sagen, damit verjagen wir die Monster. Also ein Anti-Monster-Spray. Und wenn er sagt, da ist ein Monster Monster in seinem Zimmer, dann komme ich hin, mache einmal Psst, Psst und dann ist das Monster weg. Dann habe ich für unterwegs immer so ein kleines Zahnseide-Ding für unterwegs mit. Manchmal hat man ja sowas, da braucht man ja Zahnseide, das muss in jede Handtasche mit rein. Und hier noch ein bisschen Moskito-Kram, man weiß ja nie. Apropos Mosfitos, ich habe momentan hier voll die Spinnenplage zu Hause und ich will einfach nur noch ausziehen. Mein Mann hält mich für irre, aber ich glaube, jede Frau da draußen, die eine Spinnphobie hat, wird mich sehr gut verstehen. Ich hatte vorher immer nur Ekel vor Spinnen, jetzt habe ich mittlerweile eine richtige Phobie. Weil neulich, und das erzähle ich euch jetzt mal ganz kurz an der Stelle, wollte ich mich hinlegen, habe mein Kissen noch so ein bisschen drapiert und habe es noch so ein bisschen gedreht. Und was krabbelte mir unter dem Kissen hervor? So eine große, ungelogen Leute, so eine große Spinne. Und seitdem schlafe ich im Wohnzimmer und bin total gestört und paranoid. So, dann für mich einmal, es geht weiter. Ich will auch gar nicht so lange drüber reden, über diese Spinne, weil ich kriege diese Bilder nicht mehr aus dem Kopf. So, dann geht es weiter mit einer neuen Mascara für mich. Und zwar habe ich mir die ganz günstige gekauft von Essence. Ich finde Essence übrigens sehr gut. Ich stehe total auf die Marken Essence, P2 oder P2 und Catrice. Ja, und apropos Essence, da habe ich mir auch noch direkt einen neuen Nagellack gekauft. Den hier, den finde ich total cool. Das ist die Nummer. Nummer, keine Ahnung, steht hier irgendwie nicht bei. Ja, auf jeden Fall habe ich den schon aufgetragen. Das ist dieser hier. Ich finde den irgendwie ganz schön. Einmal auftragen und der deckt total gut. Ja, dann hat die Mami sich ein paar neue dicke Haargummis nochmal neu gekauft. Ne, wollte ich auch mal wieder neue haben, weil ich verliere irgendwie stündlich irgendwie meine Haargummis. Das habe ich schon ewig nicht mehr gemacht. Ich habe mir Modeschmuck gekauft, Leute. Und zwar von Ebelin. Einmal das hier. Ich hoffe, ihr könnt das erkennen. Das hier. Und passend dazu die Armreifen. So, ich hoffe, ihr könnt das hier gut erkennen. Die Kette 4,95 Euro, die Armbände auch 4,45 Euro. Ja, hat man halt für knapp 10 Euro ein neues Set. Modeschmuck ist ja auch mal zwischendurch ganz nett. So, weiter geht's. Und zwar habe ich gedacht, dass die Sonnenbrille von Noah Beck ist. Und ich habe sie übrigens gerade wiedergefunden. Die habe ich nämlich neulich im DM gekauft. Und ich finde die total cool. Auch. Die hat nämlich so einen schönen Verlauf. Ich hoffe, ihr könnt sie erkennen. Die hat so einen coolen Verlauf, diese Sonnenbrille. Und ich habe hier noch seinen Namensaufgeber drauf geklebt. Und die Dinger sind übrigens Spülmaschinen fest. Habe ich auch so einen Trinkflaschen für die Kita und alles. Ich werde euch mal diese Namensticker in die Infobox setzen. Ja, dass ihr die euch mal anguckt. Und ihr könnt nämlich Farbe und Motiv selber aussuchen und alles. Und ich habe jetzt für Noah so ein Dino mit einem Fußball und dann seinen Namen. Ja. Da gibt es irgendwie 100 Stück. Ich glaube für, was war das? 100 Stück für, weiß ich nicht mehr. Muss ich mal nachgucken. Ist schon lange her. Habe ich letztes Jahr immer mal gekauft, diese Aufkleber. Ja, aber. Naja, ich dachte halt, die Brille ist weg. Und deswegen habe ich ihm nochmal zwei neue Sonnenbrillen gekauft. Sind die nicht süß? Ist echt cool. Die sehen ja so Ray-Ban mäßig aus. Und dann noch eine. Die Sonnenbrillen, weil Noah haben halt nicht so eine lange Überlebensdauer. Hier nochmal mit Autos. Ja, deswegen habe ich direkt mal zwei gekauft. Eine Sonnenbrille kostet 2,95. Finde ich okay. Dann habe ich mir mal Reinigungstücher gekauft von Balea. Kosten auch nur 95 Cent. Ne, 65 Cent oder irgendwie sowas. 65 Cent, glaube ich, kosten die 25 Stück. Ich hatte zuerst die von Nivea in der Hand, weil ich finde den Duft von Nivea ganz gut. Aber von Nivea kosten die gleich fast doppelt so viel. Und dann habe ich gedacht, ja, warum soll ich das für Geld ausgeben? Ich nehme die einfach von Balea. Die habe ich schon mal gehabt. Und ich war damit sehr zufrieden. Und wenn man unterwegs ist, dann finde ich die echt ganz gut. Dann muss man nicht einzeln Gesichtswasser mitnehmen, Reinigungsmilch mitnehmen, Augenmakeupentferner mitnehmen. Hier nochmal Wattepad, da nochmal Wattepad. Einfach für die Woche, die man unterwegs ist oder die paar Tage ein bisschen von den Tüchern gut ist. Und übrigens, die halten bei mir immer ewig, weil ich die wirklich nur benutze, wenn wir irgendwo hinreisen. Und im November fahren wir nochmal auf Kreuzfahrt übrigens. Ja, wir haben jetzt nochmal ganz spontan gebucht. Eine Woche lang und dann werde ich diese Packung auch mitnehmen. Also die hält total gut und die trocknen nicht so schnell aus. Ich finde das nämlich wichtig, dass die sehr feucht sind. Ja. Ich habe mir eine neue Creme geholt und zwar die von Balea. Ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Ich finde es so schade, dass weil Balea da immer so wenig drin ist. Aber ich finde diese Creme sehr, sehr gut. Die duftet herrlich, die fettet schön zurück und man kann trotzdem sehr schnell nach dem Auftragen das Make-up auftragen. Also ich finde diese Creme echt top. Für Noa benutze ich auch immer die Balea Creme für Kinder. Diese Kindercreme, diese gelbe, die kennt ihr bestimmt auch. Und von Balea habe ich für den kleinen Mann nochmal eine Kinderzahn. Ein Kinderzahn-Gel gekauft zum Zähneputzen ohne Fluoride. Gibt ja immer die große Diskussion mit oder ohne Fluoride. Das ist diesmal ohne. Und neue Zahnbürsten, weil ich brauche ja immer wieder neue Zahnbürsten für Noa, ist ja klar. Und da kaufe ich auch immer die ganz günstigen von Donto Dent, die für 95 Cent. Zwei Stück, ist halt ein Wegwerfartikel. Das muss jetzt nicht teure Oral-B sein, finde ich. Ein paar Wattpads für die Mami und ein neues Haarspray habe ich entdeckt. Schöne kleine Größe, also für mich reicht das. Ich komme mit sowas sehr, sehr lange hin. Also ich komme überhaupt mit denen immer sehr lange auf. Und extra stark, ist was Neues, soll auch pflegen und das finde ich gut. Und die werde ich jetzt mitnehmen fürs Wochenende, aber auch im November, wenn wir je Woche wegfahren auf Kreuzfahrt. Und ich liebe es, so wenig Gepäck wie möglich mitzunehmen. Weil ich teile mir übrigens auch mit Noa immer einen Koffer. Das war schon mein DM-Hall. Und ich habe noch einen gekauft danach und war nochmal kurz im Rewe. Und dort gibt es ja immer den Chivo-Stand. Und dann habe ich mir, wenn das jetzt meine Schwester sieht, muss sie grinsen, weil ich habe es ihr nachgekauft. Dann habe ich mir von Chivo diese coole Tasche gekauft. Die hat so eine super schöne Farbe. Ich finde diese Tasche voll stylisch. Ja, so ein cooler Rucksack. Perfekt fürs Wochenende, wo wir jetzt hinfahren. Ja, schöner Holler. Und dieser Rucksack hat 9,95 Euro gekostet bei Chivo. Und ich war am Wochenende mit meiner Family auf einem Erlebnisbauernhof. Und davor war ein Kinderklohmarkt. Und ich suche schon ganz ewig, schon seit Ewigkeiten, diese großen Lego Duplo-Platten. Leute, diese große Platte zum Spiel für Noa. So, das ist eine Originalverpackung. Ich habe diese Duplo-Lego-Platte bekommen für 11 Euro auf dem Flohmarkt. Bei Amazon habe ich nachgekauft, kostet sie 16 Euro für Prime-Mitglieder ohne Versand. Ist man kein Prime-Mitglied, hat man nochmal Versandkosten. Also, für mich hat sich das super gelohnt. Ich habe die gesehen sofort mitgenommen und bin ganz happy, dass ich jetzt diese Platte gefunden habe. Also, das verlinke ich euch in die Infobox, die Lego-Platte und aber auch diese Namensaufkleber. Für Flaschen, für Anziehsachen, hinten reinkleben, für Butterbrotsohsen, für die Kita, für alles Mögliche. Ich klebe die auf die Gummistiefel, ich habe die überall draufkleben. So, das war es auch schon von mir. Ich hoffe, der Haul hat euch gefallen. Stellt mir einen Daumen hoch, wenn ihr mehr von mir irgendwelche Hauls sehen möchtet. Und ich hoffe, dass meine Kreuzfahrt-Videos euch gefallen. Wer da noch nicht reingeschaut hat, der sollte das mal schnell nachholen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Und besucht mich auch auf Instagram. Bis dahin, macht's gut. Euer Linda, tschüss.